Welche psychologischen Tricks wendet ihr im Alltag an? Wenn ich will, dass meine Kinder irgendwas machen, ohne dass ich meckern muss, biete ich ihnen zwei Optionen an, die am Ende beide zu dem von mir gewünschten Ergebnis führen. Ein Beispiel, ich will, dass sie ihre Zimmer aufräumen. Sage ich räumt eure Zimmer auf, ernte ich Murren. Sie würden es am Ende machen, aber sie wären nicht begeistert und ich müsste es wahrscheinlich noch dreimal sagen. Sage ich aber ich möchte, dass ihr euer Zimmer heute Abend aufräumt. Pause fürs Murren Na gut, wenn es euch heute gar nicht passt, könnt ihr es auch ausnahmsweise morgen Nachmittag machen. Aber dann ohne, dass ich es nochmal sagen muss. Die Ansage im Beispiel führt mit 100%iger Sicherheit dazu, dass Kind 1 sein Zimmer gleich aufräumt und sich freut, dass sie es morgen nicht mehr machen muss. Kind 2 räumt dann morgen auf und lacht sich ins Föstchen, weil sie es rausgezögert hat, solange sie kann. Das funktioniert schon seit sie Kleinkinder sind, iss ein Stück Brokkoli. Na gut, dann darfst du ihn weglassen, iss halt stattdessen eine Karotte und nimmt aus dem Alltag viel unnötigen Stress raus. Eines Tages kommen sie mir auf die Schliche, aber bis dahin erspare ich mir und der Brut eine Menge Zoff. Tschüss.